Hallo, ihr Lieben, und einen wunderschönen Montagabend mit Medieval Dynasty und dem Gleisgit. Ja, da bin ich. Ja, deswegen logerst du ja auch immer bei, 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 ne? Dingelsrum! Oh oh. Ich seh meine Felle schwimmen. Ne? Ich seh meine Felle schwimmen. Okay, aber, ja, ja, wir nehmen jetzt erstmal ein Bad, ne? Weil reinlich sind wir doch, und dann habe ich dir auch eigentlich diesen Lehmbewurf in der Tasche, ne? Da können wir doch mal eigentlich mal hier ein bisschen rumprobieren, ne? Ob wir das nicht irgendwie, zumindest von hier, lass mal schauen, pass mal auf. Dekorieren. Nee, will ich noch nicht. So, bauen, Reparatur, verputzen. Verputzen ist gut. Turmbewurf, sechs Stück. Reicht für die Front, ne? Mach mal mal. Schön. Schön, schön. So, guck mal hin. Ne? Schaut doch schon mal nett aus. Hab ich noch? Ne, hab ich nicht mehr. Gut. Ne, damit man gleich mal weiß, wo der Herde hier im Haus wohnt. Äh, im Dorf. Im Gutshof. Im... Ach, ihr wisst schon, was ich meine. So, dann gucken wir mal unsere Kohlfältchen an. Hm. Ja. Da bräuchten wir Stöcklein, ne? Dass wir das umfrieden können. Äh. Gibt's das Neues? Ne. Gibt's nichts. So, jetzt hab ich mir Gedanken gemacht, weil unser Jäger irgendwie nicht wirklich jagen tut. Ne? Lass mal gucken. Hier, Verwaltung. Ähm. Zack. Jagd. Jagdhütte. So, pass mal auf. Sechs Prozent immer noch. Hier die Stimmung. Das ist schlecht. Äh, Messer. Fleisch. Yes. Ne? Trockenfleisch, Leder. Haben wir jetzt Trockenfleisch gekriegt? Mal gucken. Weil ich bin nämlich aber überlegen, ob wir nicht seine Jagdhütte irgendwie versetzen. Und zwar in so ein Jagdgebiet. Hm. Das ist so. Ach, was schau ich denn eigentlich hier schon da rein? So, hier muss ich rein. Lass mal gucken. So, pass mal auf. Trockenes Fleisch. Hä? Das kann alles nicht. Das kann alles nicht. Wirklich. Jetzt bin ich aber überlegen, wo wir das dann bauen. Ich latsche mal ein bisschen rum. Haben wir nicht auf der Karte irgendwie auch die Möglichkeit? Äh, Fuhrmann, Herold, Neuqueste, Anja, Wohnen, Jagdgebäude. Hm. Gesamtansicht. Menschen. Quest. Alle Gebäude. Häuser. Gewinnung. Jagd. Jagdhütte. Fischhütte. Tierhaltung. Produktion. Dienstleistung. Nahrungsmittellager. Fallen. Ah, da ist sie. Die brauche ich. So, pass mal auf. Wir sind... Wo sind wir denn? Da sind wir. Da sind wir. Hier ist, äh, eher schlecht. Na? Hier ist auch eher schlecht. Ansonsten haben wir hier nur... Haben wir hier nur Vögel? Hasen. Super Sache. Haben wir keine... Keine Hirsche? Da hier. Hier hätten wir... Lass uns mal die Ecke mal angucken. Und dann will ich mal ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert. Pass mal auf. Wir gehen mal hier ganz geschmeidig dahin. Dann kicke ich mir mal die Fertigkeiten an, weil da haben wir was Neues. Jagdwissen. Da mal gucken. Mehr Erfahrungsgewinn bei Jagdaktivitäten. Das ist schon nicht schlecht. Dann haben wir da... Ruhige Hand beim Zielen mit Fernkampfwaffen. Ja. Weniger Geräusche beim Schleichen. Schnellere Bewegung. Aufspüren von Türen. Von Tieren. Nehmen wir das. Komm, das machen wir. Das machen wir. Und wir werden... Was haben wir hier? 15% Chance auf zusätzliche Rohstoffe von wilden Tieren. Langsam mal halten, was man davon darf. Das ist, glaube ich, nicht schlecht, weil so ein Bogen kostet ja Geld, ne? Nehmen wir das nochmal. So. Na, guck mal hin. So, und dann latsche ich jetzt mal da rüber. Muss bloß auf die Bisons aufpassen. Äh, auf die Wisente. Das sind ja keine Bisons. Wir sind ja nicht in Amerika. Ne? Und dann reißen wir dem seine olle Hütte ab. Na komm. Muss ich seinen Job jetzt hier übernehmen, oder was? Bleib doch mal stehen. Mümmel doch mal ein bisschen am Gras rum. Oder geh was trinken, oder so. Das wird nix. Das wird nix. Aber ich lass mal den Bogen lieber raus. Wie viele Pfeile hab ich denn drin? Acht. Wo ist er denn jetzt hin? Weg ist er. Weg ist er. So, das sind meine... Ja, nee, ne? Oh, warte mal. Ich muss ja was trinken und so. Komm. So. Gewaschen bin ich zwar. Was essen wir auch nicht schlecht, ne? Habe ich immer noch eine Fertigkeit. Gebratenes Fleisch. So, zack, zack, zack. Das sollte erst mal reichen. Denke ich. Ah. Handwerkliches Können. Was haben wir denn hier? Wir könnten nochmal ein bisschen die Erfahrung hochpushen, ne? Das wäre ja nicht schlecht. Was bist denn du? Hey Mann. Arbeiten in der Küche. Nähplatz. Da müsste ich aber was in der Werkstatt machen, ne? Dass mir das irgendwie effektiv was bringt, ne? Ansonsten haben wir hier nichts Tolles. Ach komm, ihr nehmt das. Dann ist der Punkt. So, einmal den. Und dann... Hier. Verputzte Wände, um den Verbrauch von Brennmaterial zu senken. Hä? Achso, das habe ich ja schon. Ähm... Wo war die Haltbarkeit? Da, komm. So. Jetzt haben wir es aber, ne? Können wir jetzt weiter. So. Aber da hat er ja einen recht weiten Weg, ne? Weiß nicht, ob das so clever ist. Schön gucken, ob da irgendwas ist. Ne, ist nichts. Wir werden jetzt sowieso erstmal schauen, ob wir hier hinten überhaupt bauen können. Na, so fängt es ja schon mal an. So, hier ist meine... Da, guck mal, da sind sie doch schon. Da sind sie doch schon. Na? Aber, aber... Jetzt muss ich ja mal gucken, wo die mir so hinblutet. Äh, welche war es denn jetzt? Haben wir überhaupt Blutspuren? Habe ich die überhaupt getroffen? Ach, mach mal. Machen wir wieder den Popodreck. So. Oh, da ist ein Lager. Geh mir weg von die Wiesn, denn. Wie der Pfeil aus so schönen Bobbers steckt, ne? Ah, ich bin schon Bobberskünstler. Äh, das war nix. Ich erkenne sie am Pfeil im Popo. Ja, mindestens schon 20 Hasen jetzt jagen können. Na komm. Mach's uns doch nicht so schwer. Es tut mir jetzt schon echt leid. Na, also. So. Da haben wir sie jetzt in der richtigen Position gehabt, ne? So, dann häuten wir mal rum. So. Und ich trinke einen Schluck Kaffee. So. Nun gut. Da waren es nur noch vier Pfeile. Aber hier so die Hütte, das wäre, glaube ich, nicht nicht verkehrt. Wenn man die hier so auf die kleine Anhöhe stellt. Hier so hin. Mal gucken, ob das geht. Lass mal gucken. Lass mal gucken, ob das geht. Gebäude. Überleben. Jagdhütte. Ich könnte sie hier hin bauen. Dann machen wir das doch auch, oder? Oder eher so ein bisschen näher ans Wasser hin. Hier so. Ah, jetzt wächst mir da wieder ein Grünzeug rein. Ach. Komm, wir bauen das hier hin. Lass mal hier hin bauen. So, was brauchen wir denn? Acht Steine. Acht kleine Steine. Die sollen es wohl sein. Hm, 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 hm. Da ist schon einer da. Gut versteckt. Hallo? Ah, da haben wir ja so Zweige. Kriege ich jetzt einen Stein? Danke. So, und hier müsste doch jetzt ein bisschen mehr rumliegen, oder? Haben wir irgendwo eine Ansammlung? Hier, ne? Ne, Stöcke. Stöcke. Hm, 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 hm. Jede Menge Stöcke. So. Steinfeil. Guck hin. Wo ist er? Da. Da ist er. So. Aber ich brauche ja Steine, ne? Ich brauche jetzt keine Steinfeile. Ich brauche Steinchen. Ne, da. Da ist einer. Ah, guck mal hier. Wir haben jetzt drei, vier, fünf, brauchen nur drei Stück. Drei kleine. So, hier. So, hier. Zack. So, einer noch. Da. Auch hier ist eine jede Menge. So. Sehr schön. Können wir das schon mal bauen? Bäm. So, und dann, oh Gott, ey, brauchen wir schon wieder so viele Holzstämme. Acht Stück. Ja, ja, aber hier stört sie keinen, ne? Wo ist meine Axt? Wo ist meine Axt? Da, die ist auch schon fast hinüber, ne? Hm. So, noch einer. Jawohl. Äh. Äh. So. Eins, zwei, drei, vier. Zack, zack. Ja. Gut, dass wir noch eine dabei haben. So. Sehr schön. Sehr schön. Zack. Und dann, zack. So, einer noch, ne? Einer noch. Nehme ich mal lieber eine in der Nähe. So, hier rein. So. Das reicht jetzt aber. Zack, zack, zack. So. So, was wir jetzt brauchen, sind nochmal Holzstämme. Mein Gott. Mein Gott. Falsch. Dann hat er auch eine bessere Schussbahn, ne? Wenn wir die ganzen Bäume hier wegmachen. So. Ups. Nicht ins Gesicht. Da müssen wir eben ja irgendwie noch Brücken bauen, irgendwann, ne? Dass er hier schön hinlatschen kann. Wenn es funktioniert. Wenn es funktioniert. So. Zack. 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 So, das schon mal verbauen. Plöp. 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 Da. Da. Heute da oben auch? Ja, klar. Natürlich. Jetzt fehlt mir genau einer, oder? Was braucht man denn hier? Stöcke. Okay. Brauche ich jetzt echt noch einen? Eins. Oh, oh. Ja. So viel dazu, ne? So, was brauchen wir ja? Zehn, zwei Steine. Okay. Das mit den Zweigen sollte hier drüben... Ah, jetzt habe ich die Tollkirsche. Toll. Toll! Jetzt habe ich die Tollkirsche. Aber wir können jetzt gleich mal bei den Zelten schauen, ob ich da schon alles weggerödelt habe. Oder ob wir da was Tolles finden. Ups. Können wir hier mal... Ach, nee. Schade. Ich dachte, da wäre ein Stein. Da ist einer. Zack. Zack. Ich könnte jetzt eigentlich auch... Mist. So, wo ist er hin? Irgendeiner blökt? Was ist mit euch? Hast du mein Pfeil im Popo? Haben wir irgendwelche Blutspuren? Hä, wo ist denn der hin? Der müsste doch so jetzt vor sich hin bluten. Okay. Was hat es denn? Wenn aber da ist einer. Hast du meinen Pfeil? Ne. Jetzt kann ich jeden Poppers absuchen hier oder was. Aber ich glaube, ich war hier schon. Nehmen wir das mal mit. Holz kann ich nicht mitnehmen. Okay. Aber nee, wir waren hier schon. Ja. Wir waren hier schon. Da raschelt was. Irgendwo muss doch jetzt da so ein Reh stehen und bluten, oder? Die schauen aber alle irgendwie total unversehrt aus. Ich habe bloß noch zwei Pfeile. Das bringt mir mal gar nichts. Bleib mal stehen. Das war doch mal Blattschuss. So, dann haben wir wenigstens ein bisschen Fleisch auch noch mit reingenommen. So. Schauen wir mal. Oh, mein Hammer. Das schaut schon mal gut aus. Stroh. Stroh. Entschuldigung. Dann gehen wir doch mal gleich mal hier drüber so ein bisschen kruscheln. So. Hallo. Ah, funktioniert auch. Das funktioniert. Ach, übrigens. Ich habe jetzt mal Medieval Dynasty in Virtual Reality ausprobiert. Das ist schon, ja, jetzt von der Grafik her natürlich ganz anders, ne? Ein bisschen alles, äh, ja, so Comic-mäßig. Aber ist schon was anderes, wenn du dich dann noch bücken musst, um die Stöcke auch zu heben und dann in deinen Rucksack packen musst und hier und da und Steine suchen musst und die aufheben musst, ne? Also, das ist schon ein bisschen was anderes. Und dann noch selber in die Arme schwingen musst, wenn du irgendwelche Bäume fällst. Also, das ist schon witzig. Macht Laune. So. Ich habe hier eine Fliege drin. Was? Hallo, wir haben jetzt fast Dezember. Was machst du jetzt hier? So, gucken wir mal. Oh, ich brauche einen Hammer. Warte mal, ich mache erst mal eine Axt. Was fehlt uns da noch? Echt jetzt? Hier muss fehlt immer, ne? So, jetzt. Jetzt. So. Machen wir mal eine Axt. So. Das muss ich jetzt natürlich wieder ausrüsten, ne? Ist klar. Äh, wo ist die Steinachst? Ne, Quatsch. Tam, tam, tam. Da ist sie. Auf die vier. Fällen wir uns noch schnell ein Bäumchen. Hier, der fällt nicht auf. Der fällt nicht auf. Dann können wir einen Hammer machen. Dann sind wir im grünen Bereich. So. Zack. Ja. Au, au, au. So. Zack, zack, zack. Und. Zack. Kein Hammer. Was freuen wir da? Immer noch Stücke. Bin ich froh, dass es hier so viele Stücke gibt, ey. So. So. Nehmen wir gleich mal so viel mit. So, jetzt aber. Träumchen. So. Wo hat er ja noch? Hier. Einmal. Einmal. Zweimal. Zeh, brauche ich nicht. Mal gucken, ob es reicht. Aber ganz genau. Aber ganz genau. So, da hat er sie ja eigentlich mehr oder weniger direkt vor der Haustür, ne? So, was wir jetzt noch brauchen, ist eigentlich für ihn die Steinmesser. Ähm. Was brauchen wir da? Stock und Stein. Okay. Kriegen wir alles noch hin. Halt. Gleich drüber gestolpert. Es wird schon wieder dunkel, oder? So, dann lassen wir mal gucken. Hier. Zack. Zack. Ich will eben auf jeden Fall mal zwei Messer machen. Oder auch mal drei. So. Nein. Dann nehmen wir mal die Gänseblümchen mit. So. Und dann können wir hier noch ein bisschen krabbeln. Äh. Oder auch nicht. Ne. So. So. So, wie viel kann ich jetzt machen? Zwei. Okay. Sollte ja reichen, ne? Na komm. So. So. Die legen wir ihm in die Buch... Äh, in die... ...Kiste. Nicht in die Buchs. So. Zack. Ijojai. Steinmesser. Steinmesser da. Schau. Da können wir doch gleich zwei rüberlegen. So. Bestätigen. Und jetzt muss ich quasi ihn hier rüber lotsen. Verwaltung. Gebäude. Jagd. Jagd. Jetzt ist die Frage, welche ist denn jetzt meine? Hier. Das ist die neue. Das ist die neue. Dann weisen wir mal den Nino-Müsel da mit rein. So. Zugewiesen zum Arbeitsplatz. Super. Träumchen. Was haben wir hier? Äh. 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 Zurück. Was ist hier? Hallo? Keine Arbeiter. Ja, die Hütte reißen wir dann auch ab. Und er kann... Und dann schauen wir doch mal, ob das jetzt hier besser mit ihm klappt. Ne? Dumm, die dumm, die dumm. Ich geh wieder hier entlang. So. Schön an meinen Freunden vorbei. Können wir gleich einen Schluck Wasser trinken. Perfekt. Perfekt. So. Dann können wir die Hütte eigentlich abreißen. Die müssen jetzt eigentlich auch schon zu Hause sein alle. Oder? Ja. So. Dann... Holen wir... Holen wir doch mal das ganze Zeug hier rüber. Also. Zack. 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 Ähm. Zack. So. Keine Gegenstände. Alles Dutti. Dann können wir das Teil hier abreißen. So. Das bedeutet... Ich bin hier falsch. So. Reparatur. Ne. Verputzen. Putzen entfernen. Zerstören. Kann man das nicht auf einmal. Mal. So, das war's. Den Weg lasse ich mal. Der ist ja mehr oder weniger wurscht. So. Bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Ob das klappert. Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Hallo. Na? Mach mal ein bisschen Romantik, wa? Du bist mir aufgefallen, darf ich dich etwas fragen. Ich habe eine Kleinigkeit, ich habe nichts. Oder habe ich doch was? Mich würde mal interessieren, was wir da schenken können. Hm. Romantik. Du bist mir aufgefallen. Schönes Wetter haben wir heute. Findest du nicht auch? Bevorzugst du sonnige oder regnerische Tage? Zuneigung plus 5. Es hängt davon ab, was die Pflanzen im Moment brauchen. Ausgewogenheit ist wichtig. Das stimmt. Das stimmt. Zuneigung 20%. Haben wir schon mal. Komm, ich frage nochmal was, oder? Letzte Nacht hatte ich diesen seltsamen Traum. Ich war dabei, ein Haus zu bauen, aber jemand anderes hatte die Kontrolle über meinen Körper und sah durch meine Augen. Dann hörte ich diese seltsame Stimme. Die klang, als käme sie von weit her. Sie sagte, Mist, er hat schon wieder Hunger. Sehr merkwürdig, oder? Ich weiß nicht, ob ihr das so gefällt. Plus 5. Ich bin mir nicht sicher. Blau, denke ich. Es ist im Himmel über uns und im Wasser unter uns. Es wirkt friedlich beruhigend. Sehr schön. Sehr schön. 25% haben wir schon. Das stimmt. Das stimmt. Mensch, schau doch richtig schick auch schon. Hier unsere kleine Butze. Wir müssen gucken, wo wir Lehm herkriegen. Wird doch irgendwo garantiert irgendwo Lehm geben. Lehm. Gut. Ja, ob das klappt. Ob er jetzt in die neue Hütte da rüber wandert, den weiten Weg. Er schaut schon jetzt schon rechtfertig aus. Kann ihm aber nicht helfen. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir uns Bett fein. So. Soderle. Passt doch. Ach, es ist einfach schön. Es ist einfach schön. Na? Meine Gunste. Ne, freilich. Einfach bübscht. So. Kinders, ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Montagabend. Wir sehen uns dann am Mittwoch wieder mit einer neuen Folge mit dem Leineste. Und ich würde mich natürlich richtig riesig freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Also bis dahin. Ich wünsche euch was. Tschüss. Tschüss. Tschüss.